Du bist die zweite, ja. Was war die zweite? Geht, wie spielst du? Elf, Jürgen, oder? Die Spiele, da machen wir aber nicht mit. Elf, drei, sieben, dann ist es, siebz, 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 siebz. Der Zauberkumpf, der Zauberkumpf, der Zauberkumpf, der Zauberkumpf. Haben wir die? Ach so, in der Hunde, in der Hunde, in die Mitte, wo sie da gerade spielen haben. Ist das echt eins? Ja, weil Lukas nicht da, weil Janik schon trafisch Hüttenweg gespielt, ne? Er macht so drei Tore, was er geil hat, und zerhalst das 5-0 gespielt, ne? Zerhalst das, tauscht der den Torwart, und dann hat zwei Leute aber Janik auf die Südge gespielt. Aber nur 7-0, das hat sich noch vorbereitet. Sieben-eins! Sieben-eins! Weil wer nur einmal dachte, der wäre ein Ausdruck, der gewann auch nicht. Ja, das macht der nicht. Wir haben die Hälfte. Aber die würden immer einen geimpfen, den Zünger jagen. Tim, gehen mal ein bisschen zu hoch! Gehen mal ein bisschen zu hoch! Ja! Ja! Untertitelung des ZDF für funk, 2017